Und jetzt, wir sind beim Nasspice. Dafür brauchen wir etwas Maracuja, etwas Grapefruit, etwas Limaten, Bio am besten. Und dann Nektarin, ein bisschen Minze. Natürlich haben wir wieder Zitronengras. Verbreiten wir zuerst das Obst. So, jetzt nehme ich Zitronengras. Wie immer, machen wir es sauber. Erst die Blätter weg. Und danach das Holziger weg. Und dann schneide ich ganz so. 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 Genau. Wir machen jetzt Zucker und Sirup. Ein bisschen, etwas Ahornsirup. Dann bringen wir den. So. Jetzt ist es fertig. Damit wir können lassen im Kühlschrank. Für die Nektarina ganz gut sich. Von den Säften. Und dann noch ein bisschen weicher. Nach Spice ist fertig. Misch. Wenn du dann, nicht... Vielen Dank.